Matt Gondig bringt ein weiteres Collectible auf die Vivi-App und das mit einer sehr coolen Utility. Das schauen wir uns an, sowie auch die bevorstehenden Comic-Drops und natürlich auch mal wieder den Omikos. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Bevor das Video beginnt, ein kurzer Hinweis für heute Abend um 20 Uhr deuter Zeit. Und zwar wird nämlich dort die erste Episode Dein Portfolio hier auf dem Kanal live gestreamt werden. Das heißt, wenn du darauf Bock hast und vielleicht auch sogar spontan dein Portfolio live bewertet haben möchtest, dann komm auf jeden Fall sehr gerne in den Livestream vorbei. Und jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, viel Spaß mit dem gesamten Video. Matt Gondig wird ein Collectible beließen und das mit einer sehr, sehr coolen Utility. Schauen wir uns das Ganze an. Das Ganze wird am Freitag, dem 26. Januar. Das heißt, es wird hier auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis das Ganze droppen wird. Um 17 Uhr deuter Zeit droppen. Das Ganze wird hier unter anderem mit einem Bonus versehen sein, beziehungsweise meiner Meinung nach es ist Utility. Land a Secret Rare on a Drop. Also du musst ein Secret Rare im Drop bekommen und dann hast du sozusagen die Möglichkeit, eine limited physical handbemalte Big Trouble, also diese Statue hier handbemalt, zu gewinnen. Es gibt insgesamt nur 20 Stück. Das heißt, sehr, sehr, sehr selten. So sieht das Ganze aus. Im Prinzip ein Homer hier ein bisschen anders verziert. Und ich hatte unter anderem auch einen Post gesehen, wo diese Physical Statuen wohl für einen Preis von über 1000 Dollar getradet werden. Und dementsprechend auf jeden Fall kein schlechtes Ding. Wenn man das bekommen sollte, kann man das auf jeden Fall for free immer mitnehmen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Drop Details und werde natürlich euch darüber informieren, wie die dann sein werden. Ich gehe mal davon aus, dass es zwischen 20 bis 30 Gems liegen wird. Ich halte aber natürlich euch, wie gesagt, hier auf dem Laufenden dazu. Amplitree Friends kommt auf die VW App zurück. Und das sogar mit einem Craft to Purchase Event. Und das würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal an. Wir bekommen nämlich hier diese drei neuen Bilder dazu. Und diese Bilder werden für alle Leute freigeschalten, die jetzt schon Happy Tree Fans Collectibles haben. Und zwar, um hier das ganz kurz zusammenzufassen. Jeder, der hier ein Happy Tree Friends aus Series 1 hat, kann ja in Craft to Purchase Event teilnehmen. Wir haben insgesamt 555 Editions pro sozusagen Collectible. Das Ganze ist eine Secret Rear. Alles, was hier droppen wird und eine First Edition. Der Preis, um diese Bilder hier zu bekommen, sind 6 Dollar pro Bild. Es wird hier an dieser Stelle nichts geburned. Das heißt, ihr behaltet im Prinzip alle eure Happy Tree Friends Collectibles, die ihr zum Craften von diesen Bildern benutzen wollt. Dementsprechend meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sehr coole Aktion. Das Ganze ist bis zum 20. Februar möglich. Und der Rest, der dann halt nicht gecraftet wurde, der wird dann im Prinzip geburned wahrscheinlich. Von daher, ich finde es eine sehr coole Aktion. Schreibt eure Meinung dazu auf jeden Fall gerne mal unten in die Kommentare. Kommen wir zu einem weiteren Comic Drop, den wir sehen werden. Und zwar nämlich Venom aus dem Jahre 2018. Hashtag 35. Und wir werden diesen Drop hier am 18. Januar um 17. solcher Zeit sehen. Das heißt, in zwei Tagen am Donnerstag. Das Ganze ist die First Appearance auf Dylan Brock, beziehungsweise Venom. Und wir werden natürlich wie immer hier auch dann die ganz normalen Covers sehen. Ich finde persönlich die Ultra hier auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Ansonsten haben wir hier natürlich wie immer einen Listenpreis von 7 Gems und eine Total Edition Size von 7500 Stück. Das Ganze ist nicht ein allzu krasses Comic, denn dieses Comic ist ja schon sehr, sehr neu. Unter anderem seht ihr hier, Publishing Date ist 2021. 2021 ist halt noch sehr, sehr neu. Und dementsprechend ist auch der Preis bei 99.8, kann man bei 55 Dollar also nicht allzu hoch. Und dementsprechend für mich auf jeden Fall an dieser Stelle ein Skip. Was für mich aber ganz sicher kein Skip sein wird, ist der heutige Drop. Und zwar nämlich von Ultimate Comics Spider-Man Hashtag 1 aus dem Jahre 2011. Und zwar sehen wir nämlich hier die First Appearance of Prowler Aaron Davis. Und das Ganze wird hier natürlich mit den ganz normalen Covern sein, die es dazu auch gab. Ansonsten haben wir hier einen Listenpreis von 7 Gems und eine Edition Size von 6000 Stück. Das Ganze ist so interessant, weil wenn man sich hier mal die Comics anschaut auf GoCollect, wir doch einen sehr stabilen Preis hier auch bei der 9.8 haben. 525 Dollar hier für eine 9.8 ist schon sehr, sehr viel. Bei der Menge an Grades Plus, dass das ganze Comic erst in 2011 released wurde. Deswegen meiner Meinung nach auf jeden Fall kein schlechtes Comic. Ich glaube Chris nimmt diesen ganzen Job hier auch mit. Das heißt auf jeden Fall relativ spannend. Es ist jetzt kein absoluter Grey, aber es ist definitiv bestimmt kein schlechtes Comic an dieser Stelle. Kommen wir noch zu einem sehr guten Fund von Serju. Ich habe es persönlich auch gesehen, aber nicht wirklich realisiert, was das Ganze denn eigentlich bedeutet. Und zwar steht nämlich bei den Bronze Tickets, dass das Ganze transferable ist. Das heißt, ihr könnt das untereinander dann wahrscheinlich euch schicken. Nicht refundable und das not expire. Das heißt, es läuft nicht ab. Und das heißt, man kann diese Tickets wahrscheinlich so lange halten, wie man möchte. Ich bin sehr gespannt, was man dann im Endeffekt damit wirklich machen kann. Bis dahin müssen wir uns auf jeden Fall noch gedulden. Ich werde euch natürlich aber auf den Laufenden halten, falls es dazu irgendwelche News geben sollte. Kommen wir noch zum Ecomicos. Und der sieht momentan mehr schmählich als gut aus. Wir sind momentan 0,4% im Plus bei 0,0062 Dollar Cent. Insgesamt, wenn man sich jetzt hier die letzten 24 Stunden anschaut, ist es so ein Hin und Her. Und auch insgesamt in den letzten drei Monaten ist es hier mehr Hin und Her in diesem Bereich, als dass wir wirklich eine aktive Bewegung nach oben sehen. Ich persönlich hoffe auf jeden Fall jetzt da auch mit dem Event in Oxair bzw. Frankreich, dass wir dort einige News zum Thema Omi-Token bekommen und dementsprechend das Ganze auch den Token pushen wird. Ich bin da selbst auch live vor Ort für euch und werde natürlich euch auf dem Laufenden halten, falls es dort irgendwelche News oder auch Ankündigungen geben sollte, dass ihr natürlich auch up-to-date seid. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dir das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir noch da draußen einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend und bis dann, Erkenntnis. Ciao, ciao.